Ich bin Redmond Konstantin. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wir sind schon seit 25 Jahren sieben. Wir werden alles selbst machen, von der Rebe bis zum Schluss in der Flasche und für nachwertige Verkäufe selbstständig. Stolz sind wir natürlich, dass wir hier die 25-jährige Lärm machen können. Wir haben über 25 Jahre angefangen mit Null und Nix und heute wollen wir das Betrieb hier und die Nachfolge ist mit dem Sohn, mit dem Cedric schon etwas eingeladen. Er hat seine Ausbildung als Winzer- und Weintechnolog gemacht. Was müssen wir in Zalkes erlebt haben? Ja, ich finde die Saunen, den Feinwald, das Museum, die Wanderungen, finde ich alles sehr schön. Aber ich finde, in Zalkes haben wir sehr gastfreundliche Leute. Ich finde, das ist das Schöne. Darum habe ich hier so einen Stuhl dargestellt. Ich glaube, wenn jemand zu Zalkes kommt, die werden die Leute sehr gut behandeln und liegen zu Hause und haben alle eine eigene Geschichte. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn wir zu Zalkes haben, wenn die nachher von uns zählen, wie schön, dass du sie da im Wallis haben. Ich würde Ihnen einen von Mino 6 Spinogero vorstellen. Aber ich glaube, dass wir hier 25 Jahre sind. Vor fünf Jahren haben wir hier eine Weitmacht von 20-Jährigen. Dieses Jahr haben wir hier einen 25-Jährigen. Das ist ein Assemblage, ein Berufsgeheimnis. Ich glaube, das ist etwas sehr Schönes. Ihr seht hier die Farbe und Zeug. Der Schluck ist gerade aus. Und ich würde uns freuen, dass ich das nächste Jahr bei uns gesehen habe, für die Weitmacht zusammen zu kommen. илda So A A A B A A A A A CO A A Vielen Dank.